Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Rocketly Aura zusammen mit Novik Hi! Erstmal so ein Samenorgasmuskrieg, Alter Wir spielen heute mit einer ganz neuen Karre, so ein Frischling, den ihr vielleicht noch nicht bei mir gesehen habt Ja, das ist, ich weiß gerade nicht wie die Karre nochmal heißt Sentino oder so? Sentino genau, Sentino heißt die Karre Und die habe ich gestern mir ertradet für meinen TRADEIDAY BOOST Den ich die ganze Zeit hatte, wisst ihr vielleicht noch von meinem schönen Takumi RXT Und den habe ich ertradet für diese Karosserie Ich finde diese Karosse nicht ganz geil Die ähnelt ein Auto aus GTA Da dachte ich mir so Ja, ich kaufe mir das klar Einfach mal, um ein bisschen zu trainieren, weil Sie eigentlich gar nicht mal so bad aus Hier nochmal von vorne Und Ja, wie geht's dir denn Niklas? Ja super Alles klar, keiner hat dich gefragt Ähm Hast du? Jawohl Der Manuel Neugetter Was? Apropos Manuel Neugetter Gestern hat der Kickers gegen Bayern gespielt Und Offenbach Ist halt in der Nähe wo ich wohne Und ich war dabei gewesen Und ich habe Manuel Neuer gesehen Gesäßt Leel Der hat auch gesäßt Ich habe gerufen Manuel Neuer ist er Und der hat gesagt Leelon, lol Achso Achso Ja Der ist dann extra auf die Tribüne gekommen Und hat mir die Hand gegeben Eben Nein, hat er nicht Das wäre zu geil Gewäßes Das war ein knapper Schusch 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 Oh lol Wtf Nice Redirect Wow Geil 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 Okay Scheiße Ja Ich hätte ihn reingehauen Alter Richtig reingebämt Let's go Novik Gonna catch them ball Gonna catch your ball Pass auf Er kommt straight ins Tor Nein Not with me Hehehe 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 Rein in die Schal- Okay fuck Stuhlgang Rein in den Stuhlgang Aber oh lol Aber richtig Pass auf dich Was? Bärenmarke Mh Hehehe 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 Meinen Fernbus.de Hehehe Hehehe Du musst den haben KFC K...KFC Kentucky Fred Jawohl Ja lol Alter Ja lol Tosch Junge Tosch Tosch Ja Novik und ich sind einfach die 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 Fopa Tosch Wir sind Hiloους Challenger Wir sind Grand-Champions, wir sind Next Generation Grand-Champions Wir sind Next Generation Ultimate Tier... Keine Ahnung was Ultimate Chicken Wars Wir sind Next Generation Ultimate Chicken Wars That what she said Oh nein, oh nein Nein, scheiße Kann das sein, dass du dumm bist? Ja, LCS Rentner, gell? Ja, sind die HEler LCS Rentner Guck dir das an, scheiße Ja, das passi-to, passi-to Ja, passi-to, passi-to, stück für stück kam er ins Tor, ja Stück, für stück, für stück Egal, wir sind ein Tor ahead Stück mal in rück Rückki-Stücki Der Gegner ist thank you, bitch That what she said Oh nein Hast du? Nein Doch Nein, noch Gott Was? Die sind schlecht, echt Ja, easy Ja, easy Oh, der 360 Flip, alter Der geht hin mit Komm, komm, hoch, hoch Nee, nee, nee Ich hatte keinen Boost zu Haha Sorry, okay Oh Gott, jetzt geht das wieder los Das muss schon einblenden Noch, nee Der kam ja richtig schnell in meine Frisse Dankeschön dafür ein Plan Okay, nein Hi, Blali Hi, Blali Gib dir, die haben Presswahl Oh Gott, da hat man Presswahl Ich habe einen Kick-Off, den muss ich mit der Karte noch üben Ähm, Goal ist open Alter Okay Ich fahr nie wieder Boost holen Haben wir noch Haben wir noch Haben wir noch Die denken jetzt so Ja Ich bin so leid Ich fahr nie Ich fahr nie Wir sind so leid Ich fahr nie Die denken sich jetzt so Ich bin so leid Ich fahr nie Die denken sich jetzt so Ich fahr nie Ich fahr nie Oh Oh, warte Ja, 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 Goal ist free Junge, ich habe einen 360-Head als Skydive gemacht, Alter Das ist der Part, wo Novik frei breit Nein, schau Was ist 360? Fahne, Alter Das war 360, Assle Move, Alter Seht ihr hier auch schon an unseren Namen, ja, wir haben uns extra MMM genannt, das ist unser Clan, ja, unser Clan ist Rank 1 in Assle Rocket League Zusammen mit Ben & King HD, in der Videobeschreibung nicht verlinkt Weil der ist einfach zu zu new im Clan und ist halt jetzt nicht so der Rocket League-Büro Brot Brot Aber er hat schon was drauf, South Und deswegen Ja Und deswegen haben wir in den Clan reingemacht, acht Oh, leid Eigentlich war es noch nie Fallen Ja, eigentlich kann man so mal so unter der Tischkante vom Bett sagen Und Ja Ne? Wenn der Niklas Feierabend macht, gern? Dann denkt sich so so, ja, ich bin in Norwegen, ich mache uns Feierabend, ich schneide jetzt gerade mal mein Video Veränder das schön Und dann komm schon Dann warte ich schön Und Hau da rein! Fuck ich nein! Bitte, such dich Ich werde es erzählen, ihr habt schon gewolkert von dem Ich werde es erzählen, ihr habt schon gewolkert von dem Jetzt piepisch alles raus Ich mach dann Ich mach dann Thomas the Train Musik rein Ja Junge Du hörst mich nicht hin BOM Okay Ich sag BOM Ich sag BOM Ich sag BOM BOM BING BING BANG Ich sage BOM Ich sage BOM Ich ging mit dem Ich hab die Ich schlafen Zeit raus. Disconnected. Ey, ich wollte gerade losfahren. Die nächste Generation. Tiara, ungewöhnlicher Dachausatz. Ey, ich hab von Frozen irgendwie so eine Krone bekommen. Geil! Also der Rang, den ihr da seht, bei mir jetzt gerade eingeblendet auf dem Bildschirm, das ist halt nur mein Smurf-Account. Das ist der Smurf, das ist unser Smurf. Das ist halt unser Smurf, den wir erst gestern erstellt haben. Deswegen sind wir auch schon Level 40 und haben so, ja, 193 Spielstunden. Also kommt gut hin. Ähm, ich weiß nicht. 318, wenn ich bitte darf. Äh, ne. Klasse. So was muss ich sagen? Die steht doch im Vertrag, man! Was soll denn du aus dem werden? Du bist kein wahrer Rottkauer. Spaß. Ich hasse Sona. Ich auch. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich in der zweiten Runde. So meine MEGA-Peace, Leute. Wir sind wieder in der, äh, zweiten Runde von Rocket League. Ahne, falsche Anmoderation, das war ja Tanzver... äh, Brot. Brotverbot, lol. Genau. Genau, genau. Oh, lol. Der geht straight nach Amsterdam, ey. Durch Amsterdam. Also von der Himmelsrichtung kam das schon ganz gut hin. Weißt du, das sieht man da hinten im Wolkenkratz. Da steht auch Hamsterdamm. Genau. Hamsterdamm vor allem. Ja. Gut. Alter. Mh. Sees. Erstmal schön nach vorne bouncing. Ja, Mitte. Oh, lol. Weg. Da, go, 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 go! Oh mein Gott, die... Was?! What the fuck?! Alter, Amsterdam hat sich ein bisschen weiter nach rechts gemuft. Das war so ein tactical nuke. Nuke. Scheiße. Tactical nuke. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Jetzt aber komm. Jawohl, die As-los, alter. Die As-los. Die As-los. Die As-los. Die As-los. Waaow! Hört schon. Tilt Crank. Hah, 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 hah ah, ah. Halt's euch frag, wieso ich immer diesen Kick-Off mache. Ist halt so... So eine Angewohnheit von mir. Ich mache halt nicht mehr diesen normalen Kick-Off. Der ist mir zu langweilig. ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich bin ich vorne wobei ich muss der fallrückhieber alter auf dem mann nach vorne auhrt nur lohn die büms einst auch fack ich bin nicht gekriegt den musst du haben oh leid der hat mich der hat mich gebumst hab ich jawohl alter hätten wir in norweg nicht im team alter was würde unser essl verein machen wenn die king hat die ins tor stellen das sind natürlich tactik gegenseitiges Missverständnis, was ist das? Weil wir müssen ja die Gegner verwirren, weil die denken ja so, die spielen ja eigentlich ganz gut im Team so und dann machen wir halt diese Scheiße und dann denken, die predikten halt, dass wir halt gut spielen und dabei spielen wir halt Scheißes Oh bruh, oh bruh Das ist ein Sternheim Oh, hier vorne Ja, ich bin vorne Ja, nein, nein, nein War nur ein Prank, war nur ein Prank Nice Oh fuck Oh lol, Alter, wie schlimm Oh lol, what the fuck, man What was that? What was that? Look at the most I got a mookie Leute, nennen mich eigentlich auch Faker and an asshole Also halt, als Rocket League Spieler Oh, was ist die MC Expert? Oh fuck Ne, MC Expert ist schlechter als ich Ja In Minecraft Ich weiß nicht Ähm Kann man mal so unter der Bettkante am Tischrande sagen Aber Ja, eigentlich ist es Eigentlich kennt man sich und mich und Niklas unter Bunny Bunny Afrumu Scheiße Oh nein Easy Huhn und Faker Aber wir sind nicht nur Easy Huhn und Faker Wir sind einfach Kutscher Und Hand of Blood Nein, Scheiße Wir sind einfach Easyplex Ja, ja genau Wir sind einfach Alpha Kevin und Ähh Solal Solala Solala Oh fuck Die führen ja gell Ähh Alles geplant Ja Ja Das entscheidende kommt ja erst Beste kommt zum Schluss Mhm Ja Jetzt fliege ich hoch Ja, ja, ja Guck, war doch geplant, Alter Oh shit, Junge Nein, Scheiße, ich lag auf Aufm Boden, süß Was? Sas? Ja Nein, Scheiße Niklas Sas Du musst was machen, Aachen Oh shit, Aachen Alter, Aachen, Junge Aachen, ab nach Aachen Boots, oh fuck it Oh shit, Junge Ne, ne So, ja Gleich kommt der Gleich kommt der entscheidende Punkt Ja, genau Ja, ja, jetzt kommt der entscheidende Punkt Noch 15 Sekunden Ja, 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 ja Nein Is R.I.P. you dead to me? Ja, wahrscheinlich schon Ja, alter fuck Eine Sekunde vor Goalschluss Äh, äh, vor Ende des Games Eat it vorbei Schade Schokolade Ja, gut, es sind halt Es sind halt unsere größten ESL-Konkurrenten So, ne Es ist sowas wie Fanatic Es ist Fanatic Allstars, alter Spiel beendet, waaaaaa Und fang mal Kiko fahren War ein GG-Gutes Spiel Äh, war ein GG-Guter Pass, genau Oh nein, äh Oh nein Ich bin kein Challenger mehr Fuck it, und das ist Spaß Guck mal, die sind beide Äh, Grand Champion 3 Das war echt so, alter RIP, ey Der, what he said Schwarz Gut Leute, ähm Das soll's von der heutigen Runde Azle League Äh, Rocket League gewesen sein Ähm, falls euch das Video gefallen hat Lasst auch ein Like da In der Videobeschreibung ist natürlich Der Novik verlinkt Benet King natürlich nicht Ähm Ne, Benet King kennt ihr auch gar nicht Vielleicht kommen ja in Zukunft Mal so 1, 2, 85 Videos Und Ja, ansonsten macht's gut Bis zum nächsten Mal Hau trainen Und bis denen Sjoesch Sjoesch